Er ist immer wieder nicht gestanden, man kann ja einfach so diese Dispenser-Teile durch hier laufen. Haha, ich weiß. Wieder da. Und jetzt... Ja, wenn man den Eingang lang läuft, haben wir schon den Fallen nicht getroffen, weil man... Ich werde es schaffen. Oh. Okay. Hast du schon den Hebel hier gedrückt, ja, oder? Na, ich geh mal hier weiter. Wow. Moment. Okay. Redstone-Torch. Wo ich war... Hä? Was für eine Redstone-Torch? Hat nicht jemand von euch eine Redstone-Torch? Nö, ich hab grad ruhig einen Schalter betätigt, den ich gefunden habe, aber ich hab noch nicht rausgefunden, was der bringt. Einen Moment. Ich such grad euren Namen. Bist du den Pfeilenweg entlang gegangen? Ich hab schon mal einen... Das ist ein Riblack. Wo soll sie denn? Oh, ist der Ratscar. Geil. Redstone-Torch. Ja, ich war hier wahrscheinlich lang. Schweres Rätsel. Ich habe hier einen Redstone Hat jemand von euch einen Stick gehabt? Achso, hier ist ein Checkpoint Ähm, nö Was sollen wir dann damit? Okay, warte Bruno, Ruhe Geh mal raus Dreh Warte, ich ähm Geh mal raus Ja, macht nacht Okay, seid ihr alle da? Ah, hier ist er Schlafen legen Gut, ähm Was für Items haben wir jetzt alle? Ich habe einen Redstone Warte, kurz Ein GPR Bin ich jetzt wieder in Survival? Ja, ich denke schon Da Aber wir sollen eine Torch machen Wir brauchen noch einen Stick Da war nichts mehr Da müssen wir wahrscheinlich nicht durch Ich gehe noch mal dahin Aber da war sie, weil die weiß nichts Der Hebel Den Hebel Ah, schalten wir ja Was hast du gemacht, Raphael? Hinten ist ein Schalter in den ganzen Hä? Spenser teilen Fuck, wo ist das perfekt gerade durchlaufen? Sonst gibt es ein Schalter gleichzeit Tick, Punkt, Punkt, Punkt Wo sind die Schalter, ganz ehrlich? Raphael Lass Draffi mal machen Du wirst doch voll mit 2 Warte Luke, stell ich mal vor, Schalter 2 Also hier steht ja immer 2. Schalter und so Und dann drücken wir auf 3 Ach, da ist ein Knopf Hier, der Knopf, der da drüber ist 1, 2, 3 Keine Ahnung, 1, 2 Ersten und zweiten Schalter, warte mal Luke, stellst dich da vor, Raphael und ich Ich hab noch gleichzeitig den dritten gedrückt Also ich hab woanders Ah, noch erstell ich mal vor den zweiten 1, 2, 3 Mach doch einfach Nö Es ist so, wir haben beide ganz gedrückt Und währenddessen habe ich hier die ganze Zeit noch irgendwas gedrückt Die Wechsel, als und so, das zeigt auch irgendwie nichts an Äh Töte, töte Also, wir sollten einfach jede, einfach zwei Schalter in Kombination probieren Luke, wir beide machen mal 1 und 2 Okay, okay, 1 und 3 Ganz auf 3 drücken So, okay, 1 und 4 Yay 1 und 5 Und? Ein Feuerzeug und ein Redstone Torch Jedenfalls müssen wir hier die Redstone Torch anbringen Das ging aber nicht an die Wand Nein, wahrscheinlich auch auf den Boden Ja, keine Ahnung, da steht ein Redstone Torch Ich kann es da gar nicht einfach Aus da aufs Eisen, ja Ich glaub da nicht, sondern da eher Da stand zwar nicht an die Wand, da wo Ja Toll, so willst du nicht an die Wand anbringen Nein So, du gehst schon mal da auf Du kannst es ja einfach lösen, das Feuer Wieso löscht ihr das Feuer? Das gehört nicht zur Challenge Mir doch egal Wir kommen hier sowieso nicht mehr unten raus Das ist schlecht gemacht Das müsste so sein, wenn man nur drüber springt Das ist dann sterbisch halt nochmal Okay Okay Und schlägst du nicht? Ich wollte da rein schlafen, aber einfach springen, aber Äh, justus ist da am Ende, am Anfang schallt Da rechts an der Wand, rechts an der Wand Ich jambe eben zurück Geh auf den ersten Block und dann da rechts Oh, justus ist da, der Knopf an der Wand Nein, nochmal Nochmal Zurück Ach, Schalter Player 1 Player 1, 2, Player 3 Tja, Luke, der kommt mit Wie sehr seid ihr nicht zu stoppen, ist er Das heißt, werdet ihr euch noch weiter nach dem anderen sterben Okay Da muss Jus wahrscheinlich das noch was machen Das muss Jus was machen Ich hab hier keine Knöpfe Guck nochmal Ich hab hier nichts Sobald ich sehe Ne, da ist jeweils nur Lava Da ist Da ist Was ist da, dass da nichts kommt? Also ist es Ja, die Tür ist auch Gut, jetzt muss ich sterben Moment, nein, ich Nochmal Okay, ich bin aus dem 3 noch Okay Moment Gibt uns noch eine Schau Das fix neben Und du wirst es ja jedenfalls ja noch verrecken Na, ich muss sterben leider Nein, 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 öffne nochmal die Tür Oh, danke Oh, danke Oh, egal, Mario, so Ich muss da weiter lang Wir können ihm hier die Tür aufmachen Das ist toll Oh, ich bin gerade einmal runtergefallen, die sind die tolle Feuerwehr Die Tür Haben wir hier noch irgendwas? Nö So Warte, zwei Sachen Ach, da kommt Justus hoch Äh, warte, ihr auf mich, sonst kommt ihr sowieso nicht weiter Scheiße Komm schon Justus, dann sagst du Warte 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 Einmal aus der Kiste, den brauchen wir hier Wofür? Äh, achso Ich dachte, äh, das Wasser Und ne, unten das Wasser, das kann ich im Hol Dann werden wir eh nicht verrecken, aber wir könnten auch das Feuer ausschlagen Warum? Okay Ja Yeah, Dunkelheit Oh, Druckplatte Komm auch immer Einer ab Den einfach muss ich noch wettwerfen Echt? Ach, das Kabel könnte ich nicht machen, das wäre jetzt erlaubt Was ist da? Äh, geh mal da aus dem Feuer raus oder ein Ab Geh dunkelte obsorte Was ist eigentlich so? Ach, ich bin schon weiter Ja, ich stehe gerade auf dem Schalter mit Luke auch gleich durch, äh, auf der Druckplatte Ich hab das Ding gerade modifiziert, damit ihr einfach nicht laufen könnt Achso Hier muss man irgendwas machen Nein, ist da jemand von euch irgendwie einen Schalter gesehen oder so? Nein Schalter? Wahrscheinlich brauchen wir eine Druckplatte Prof. Ein schmerzender Schmerzender Ja, ich hab' Okay Und nicht daher Moment Ihr soll oben gucken, ob da... Oh... Ihr seid so dumm, warum sind die hier mitgekommen? Einer muss oben nachgucken, ob.. und ich bin mal wieder totes Bordes was euch danach guckt ich komme nur sich für auch Atoll alles ist gebraucht in der Kiste ich habe es auch nichts mehr ab ist sehr mysteriös ich habe gerade ein Stück Rastor mit durch Ach nee, es war von Raphael, war ja verbannt war das nervt mich jetzt ja, löscht jetzt mal das Feuer was der Scheiße ist, ist abgezogen, külter und sorgt wetzt geh bei mir durch, bei mir kann man so durchgehen ja hättest warte mal da da ist wahrscheinlich irgendwas stehen oh, jetzt hab ich was kaputt gemacht ja, ok ja, ich weiß warum ja falsch gemacht toll ich, äh öffne einfach mal die Typ per Hand ich sehe so geil oh just, ich hab mich vor mir gestellt so du bist aus Sohn Dienst gut so oh oh hier ist ein Dispenser und Tür öffnen das ist ja billig Tür öffnen das ist ja billig jo verstehe mal bitte, danke Ende wir sind 1 Power Ende okay ja ja Typen, das war's ich, äh, mache jetzt hier den Wetzel und Scheiß kaputt, damit das in die Luft fliegt was würde dir der Map für eine Note geben ich sorge also das soll so richtig in die Luft fliegen ähm Noten zu heißen 6 oder wie das war echt ne richtig schlechte Map und deswegen zerstöre ich sie jetzt also ich würd sagen ähm just, das ist nicht nur ausreichend ist angelhaft aber ohne das TNT anzuzünden, versuch mal so viel TNT zu platzieren wie möglich ist dass wir jagen den Scheiß immer hoch gut, ich guck was ich machen kann 4 bis 5 ok ja ja, ich fand ihn aber auch irgendwie knappe lichter deutsche Maps, ne, alles also soll schon kommt es sich die Scheiß immer abgesehen von mir ja, du bist auch das einzige Gute auf dieser Welt, ja Achtung, es brennt, es brennt, es brennt so toll, warum hast du schon angezogen? hab ich nicht, das war die Lava da drunter, du Depp achso, ok, dann mach ich einfach weiter ja tschüss